Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gemsum Check Hardware. Und ja, das neue Jahr bringt auch ein paar neue Änderungen. Unter anderem werde ich euch in Zukunft quasi persönlich Hardware präsentieren. Das war so eine kleine Sache, die ich mir gewünscht habe für dieses Jahr. Die wollte ich ändern. Und ja, das wird jetzt ab sofort so ablaufen. Wie gesagt, ich werde euch die Hardware live und persönlich präsentieren. Und es gibt generell noch ein paar andere Änderungen an unseren Testvideos, an unseren Hardware-Testvideos, aber das verrate ich euch dann, wenn es soweit ist. Also da werde ich euch noch auf den Laufenden halten. So, heute, das neue Jahr, starte ich gleich mit einem Produkt, das wir auch kurz vor Jahresende bekommen haben, nämlich das hier. Das ist nämlich die neue Chacun Draconia 2. Eine, wer hätte es gedacht, eine Gaming-Maus. Und spätestens beim Namen Draconia wird wahrscheinlich bei den einen oder anderen so ein Lämpchen hochgegangen sein. Denn die Draconia ist nach wie vor eine sehr beliebte Gaming-Maus. Also die verkauft sich nach wie vor sehr, sehr gut. Und daher war es jetzt auch keine große Überraschung, dass Chacun irgendwann mal einen Nachfolger auf den Markt bringt. Und das haben sie auch getan Ende des Jahres. Also kurz vor Weihnachten gab es die Pressemitteilung. Wir haben dann auch kurz vor Weihnachten ein Testmuster erhalten. Und das ist sie eben, die neue Draconia 2. Die werde ich euch heute ein bisschen ausführlicher präsentieren. Und ja, ich würde sagen, ich rede gleich mal so ein bisschen über das äußere Erscheinungsbild, über die Verarbeitungsqualität. Ich werde euch parallel dazu aber hier auch die ganzen technischen Daten darstellen. Ja, so, jetzt muss ich die Maus hier rüber. Damit man das sieht, mich muss man ja jetzt nicht sehen. Da habt ihr auch nochmal ein bisschen die Übersicht, das Datenblatt. Und ja, reden wir mal über die Verarbeitung als Erster. Zunächst einmal auffällig ist natürlich das Design der Draconia 2. Das ist nämlich wieder in diesem, ja, mit dieser schicken Lackierung, Beschichtung. Das sollen so Drachenschuppen darstellen. In dem Fall haben wir hier die Version in grün, türkis. Ja, das Ganze gibt es aber auch in schwarz. Also sprich, da sind dann diese Drachenschuppen in schwarz gehalten. Also wenn man es etwas dezenter möchte. Ich finde aber das grün, türkis eigentlich ganz cool. Diese Beschichtung, die ist auch sehr resistent. Also gegen Fingertapser, gegen Schweiß und so weiter. Also die soll sich auch laut Hersteller nicht so leicht lösen. Ja, was ich auch ganz gut finde. Also eine Langlebigkeit möchte man ja bei so einem Design schon haben, logischerweise. Ansonsten, die Maus ist, ich muss immer ein bisschen aufpassen. So, die Maus ist relativ groß, muss ich sagen. Also für Leute mit kleinen Händen, so wie ich zum Beispiel. Man, ich tue mir nicht schwer. Also ich kann noch alle Tasten gut erreichen, vor allem die zahlreichen Daumentasten. Aber die Maus ist schon recht groß. Und das ist natürlich ein Vorteil für die Leute, die lieber oder die generell eine mittelgroße Hand haben oder sogar große Hände haben, für die ist das natürlich ein Träumchen. Die Maße von der Maus sind, wir haben eine Länge von 127 Millimeter, eine Breite von 83 Millimeter und eine Höhe von 42 Millimeter. Also wie gesagt, die Maus ist generell schon etwas größer. Die Maus wurde komplett aus Kunststoff verarbeitet. Macht aber einen wertigen Eindruck. Also da, ich sage mal so, die Spaltmaße sind alle schön gleichmäßig. Mir ist jetzt auch nichts irgendwie gravierendes aufgefallen. Das Einzige, was mich etwas stört, ich mache mal da kurz das Datenblatt weg. Was mich stört, das ist diese seitliche Beschichtung. Denn die Oberseite ist natürlich aufgrund dieser Beschichtung, Lackierung, sehr, sehr glatt. Und jetzt glaubt man auf den ersten Blick, dass die Seiten aufgeraut sind und entsprechend einen guten Grip bieten. Ja, also auch auf der anderen Seite sieht das genauso aus. Aber da muss ich leider enttäuschen, denn die Maus ist leider sehr, sehr glatt. Also auch die Seitenflächen sind glatt. Da fehlt es mir ein bisschen an Grip. Man merkt das nämlich dann, wenn man die Maus, diese klassische Mausbewegung macht, diese Übersetzerbewegung, ja, von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem. Da merke ich schon, dass die Maus mir so ein kleines bisschen wegrutscht. Das finde ich nicht toll. Also das hätte man definitiv besser lösen können. Ansonsten ist die Maus, wie gesagt, wirklich sehr, sehr sauber verarbeitet. Ganz kurz reden wir über die Gewichte. Nur wer sich jetzt fragt, eine Abdeckung ist natürlich dabei. Die habe ich aber jetzt kurz abgenommen, damit man mal das Ganze sieht. Das Gewicht der Maus lässt sich nämlich optimieren. Also wir haben ein Gewicht ohne Kabel von 134 Gramm mit Gewichter. Die Gewichte selber sind insgesamt, man sieht es hier, fünf Metallstückchen, die ungefähr 5,6 Gramm auf die Waage bringen. Das heißt, wenn ich alle Metallstückchen entferne hier, dann komme ich auf ein Gewicht von knapp, ja, Pi mal Daumen, ein bisschen über 100 Gramm. Und das ist für mich persönlich ein sehr angenehmes Gewicht, ist aber natürlich Geschmackssache. Ja, also wer sagt, ich habe lieber eine etwas wehrere Maus, haut sich die Gewichte rein, kommt man auf knapp 140 Gramm. Oder man nimmt die Gewichte raus, dann hat man eine etwas leichtere Maus. So, ich gebe jetzt wieder diese Abdeckung drauf, weil das schaut ja auch nicht so toll aus. Also, dann seht ihr auch hier vier Gleitfüßchen aus Teflon. Was ich auch schön finde, im Lieferumfang sind Ersatzgleiter enthalten. Ja, das lobe ich mir. Ja, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Gleitfähigkeit von der Maus ist generell sehr gut. Also da gibt es wirklich wenig zu meckern. Ja, also verarbeitungstechnisch habe ich es ja schon gesagt. Gute Maus. Ergonomie für Leute mit mittelgroßen, großen Händen ein absolutes Träumchen. Die kommen wirklich sehr gut an die ganzen Tasten ran. Die Griffigkeit könnte etwas besser sein. Gerade die Seitenteile, die könnten ruhig gummiert sein. Aber das ist halt jetzt Meckern auf hohem Niveau. So, ansonsten, ja, bin ich eigentlich soweit zufrieden. Reden wir über die Ausstattung. Ja, da mache ich nochmal kurz hier das Datenblatt an, weil ich muss selber teilweise noch die Werte runterlesen, weil es ist echt Wahnsinn. Also fangen wir mal an hier. Wir haben insgesamt sechs Daumentasten. Die lassen sich natürlich frei programmieren und die sind meiner Meinung nach auch gut erreichbar mit den Daumen. Also auch wenn man eine etwas kleinere Hand hat, ja, kann man die Tasten noch gut erreichen. Generell trotzdem mittelgroße, große Hände sind für die Maus besser geeignet. Tasten gut erreichbar und lassen sich komplett programmieren. Dann haben wir hier auf der Oberseite, so, haben wir hier das Zweiwege-Mausrad, das mir übrigens sehr gut gefällt, weil es gummiert ist. Das hat einen sehr guten Grip. Und was mir auch gut gefällt, es hat einen sehr angenehmen Widerstand. Es ist ein Zweiwege-Mausrad. Dann haben wir darunter eine, also die Taste F, damit lässt sich zum Beispiel durch die Profile wechseln. Ja, denn wir können insgesamt fünf Profile auf der Maus abspeichern. Die hat nämlich einen Onboard-Speicher und da können wir insgesamt fünf Profile programmieren und durch die können wir dann mit der Taste zum Beispiel durchswitchen. Aber die Taste ist natürlich auch wieder frei programmierbar. Unter der F-Taste sind dann Plus und Minus. Damit lässt sich zwischen der Auflösung die Sensors wechseln. Auch hier natürlich, diese Tasten lassen sich auch frei programmieren. Dann haben wir die beiden Haupttasten. Die beiden Daumentasten, die sage ich, die beiden Haupttasten, die haben Switches drunter, die einen recht guten, knackigen Widerstand haben. Sehr präzise Lebensdauer, leider sage ich nur 10 Millionen. Die meisten Omron-Switches haben mittlerweile 50 Millionen Switches. Also da würde etwas mehr gehen. Und natürlich hat die Maus auch eine hübsche RGB-Beleuchtung. Die sieht man gerade nicht, weil ich die Maus nicht angesteckt habe. Da würde jetzt hier das Logo und das Mausrad leuchten. Das kann ich dann auch in der Software entsprechend anpassen. Da gibt es verschiedene Beleuchtungsmodi. Natürlich kann ich auch die Farbe individuell einstellen. Also so, wie ich das halt möchte. Dann haben wir natürlich hier ein Mauskabel. Schön flexibel. Stoff ummantelt, 1,8 Meter lang ist das Ganze. Und man sieht es, das Ganze ist auch in der Farbe gehalten von der Maus. Also in diesem Schwarz-Türkis. Gefällt mir sehr gut. So. Dann reden wir aber jetzt mal wirklich über die... Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Reden wir ein bisschen über die Sensortechnik. Wir haben hier nämlich ein Pixart 3360 verbaut. Wie ich finde, sehr präzise und optische Sensor. Und der Sensor löst auf mit einer maximalen Auflösung von... Nochmal kurz gucken. Ja, von 15.000 dBi lässt sich runterschalten bis 100 dBi. Es gibt natürlich verschiedene dBi-Stufen, die man einstellen kann in der Software. Insgesamt fünf Stufen. Also da kann man sagen 100, 500, 1000, 500, je nachdem, was man möchte. Ich sage es ganz ehrlich, 15.000 dBi wird kein Mensch da draußen brauchen. Aber es ist natürlich nett, wenn man das Ganze hat. Die Lift-Off-Distance beträgt zwei Millimeter. Das ist okay. Das könnte natürlich ein bisschen niedriger sein. Ist aber, glaube ich, für die meisten Zocker auf jeden Fall okay. Generell muss man sagen, mit der Maus kann man jetzt nicht nur problemlos irgendwelche Rollenspiele oder MMOs zocken, weil man halt eben so viele Daumentasten hat. Sondern man kann auch wunderbar mal einen Ego-Shooter zocken, wie zum Beispiel Battlefield. Weil, wie gesagt, der Pixax-Sensor, der hier verbaut hat, der macht einen wirklich guten Job. Also der ist sehr präzise. Wir haben da keine Maussprünge oder sonst etwas feststellen können. Auch bei schnelleren Bewegungen blieb der Mauszeiger stabil. Also da gibt es nicht viel zu meckern. Natürlich ist das jetzt keine Hardcore-E-Sport-Maus. Das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine wirklich sehr, sehr präzise Maus. Also da gibt es nicht viel zu meckern. Ja, die Software, ich habe es bereits erwähnt. Ich habe da jetzt leider kein Bild von der Software. Seht ihr dann im schriftlichen Testbericht. Da kann man halt eben alles Mögliche einstellen. Die DPI-Auflösung. Man kann die ganzen Tasten mit Makros belegen, Makros mit Timings erstellen. Wir können Profile erstellen. Wir können die RGB-Beleuchtung eben vom Logo hier und vom Mausrad können wir anpassen. Also ist alles sehr übersichtlich gestaltet. Ja, typische Schakun-Software wirkt auf den ersten Moment so ein kleines bisschen billig. Aber es sind alle wichtigen Funktionen drinnen. Es gibt keine, also wir haben keine Abstürze oder so feststellen können. Alles lief einwandfrei. Und die ganzen Sachen lassen sich dann auf den internen Speicher der Maus abspeichern. Also auch das, ja, eine sehr gute Sache. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich da sehr zufrieden mit der Maus. Da gibt es auch gar nichts zu meckern. Ich gucke jetzt auch gerade nach, weil natürlich jetzt dann die alles entscheidende Frage natürlich kommt. Und was kostet die Maus? Und ich muss ja auch langsam zu einem Fazit kommen, weil ich labere eh schon wieder viel zu lange. Also die Maus selber ist ab sofort im Handel erhältlich, eben hier in Türkis oder eben im Schwarz, je nachdem, was ihr lieber habt. Und die Maus kostet 40 Euro. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist ein wirklich geiler Preis. Also ich möchte natürlich jetzt nicht alles schönreden. Die Maus hat ihre, in Anführungsstrichen, Menge ihre Kritikpunkte. Zum Beispiel, ich finde es echt schade, dass die Seitenflächen halt sehr glatt sind. Ja, da hätte ich mir was Gummiertes oder einfach was Griffigeres gewünscht. Ja, dadurch wäre die Ergonomie der Maus auch besser. Dazu kommt natürlich auch, dass Linkshänder mit der Maus überhaupt nicht zu anfangen. Ja, wir haben nur auf der linken Seite die Daumentasten. Generell die ganze Ergonomie ist auf Rechtshänder getrimmt. Ihr seht schon, ja, also ich kann hier meinen Daumen ablegen, hier meinen Ringfinger. Also das ist eine richtig klassische Rechtshändermaus. Nichtsdestotrotz, 40 Euro, dafür bekommt man eine echt geile Ausstattung. Wir haben einen präzisen Pixelsensor, wir haben eine Gewichtsanpassung, wir haben die Daumentasten, die sich auch gut drücken lassen. Klar, einige werden sagen, der Druckpunkt ist mir etwas zu fest, ja, etwas zu knackig. Vielleicht hört man das auch gerade, ja. Also die Tasten, die können auch relativ laut sein. Also gerade für Leute, die sich da irgendeinen Spell oder sowas draufhauen und den öfter drücken. Das kann vielleicht nervig sein. Das ist dann auch wieder so ein Stück weit Geschmackssache. Ja, manche werden es vielleicht nervig finden, einige nicht so sehr. Habt ihr die Maus nochmal so? Also das sind die Daumentasten. Wie gesagt, also ausstattungsmäßig kann ich jetzt gar nicht viel über die Maus meckern. Da hat man alles dabei. Gewichtsanpassung, präziser Sensor, die Daumen, die zahlreichen Tasten, die sich programmieren lassen. Wir haben sogar eine RGB-Beleuchtung. Also es ist alles dabei, was man möchte und das Ganze für 40 Euro. Also ja, kurz und knapp. Es ist auf jeden Fall wieder so ein kleiner Preis-Leistungs-Tipp. Ich bin echt gespannt, ob die Draconia 2 an den Erfolg des Vorgängermodells anschließen kann. Denn die hat sich echt extrem gut verkauft. Die kam auch mega gut in der Community an. Auf jeden Fall für Leute, die halt jetzt keine 70, 80 Euro ausgeben wollen für eine Gaming-Maus mit mehr Daumentasten. Für die ist die Draconia 2 definitiv so eine kleine Empfehlung. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das erste Video in dieser Art hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen persönlicher rüberkommt. Wie gesagt, ich möchte einfach in Zukunft mit euch dann ein bisschen direkter kommunizieren über die Hardware. Ich möchte auch ein bisschen, wie sagt man so schön, ein bisschen real rüberkommen. Dieses immer weißer Hintergrund auf der weißen Platte, die Sachen herzeigen. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so spannend. Ich finde das hier so mit euch zu plaudern viel, viel cooler. Auch wenn ich heute nicht in Top-Form bin, finde ich das einfach viel cooler. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Ich würde auch gerne wissen, was ihr zur Maus sagt. Vielleicht habt ihr euch ja die schon geholt. Sagt mir, was ihr davon haltet. Auch von dem Video hier. Gebt uns Feedback, denn nur mit eurem Feedback können wir uns verbessern. Oder kann ich mich verbessern. Ich sage danke. Und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.